Hallöchen miteinander. So, jetzt werden wir uns hier erst mal ein bisschen Ruf zusammenstauben und gucken, ob wir dann irgendwie die Flasche auch finden. So, dann werden wir erst mal eine Runde Schlaupi-Schlaupi machen, dass wir erst mal mitten in der Nacht haben. Dann haben wir mal 21 Uhr Schlaupi. So, dann ziehen wir uns um. Umziehen, umziehen. Umziehen. So, ich werde nicht was ich hier brauche. Ich hoffe jetzt nichts sonderes und gucken wir mal, wie wir hier reinkommen. So, hinten läuft einer, der läuft aber ziemlich, der macht jetzt noch Rechenarbeiten, ok, alles klar, wie komme ich denn jetzt hier rum. Ok, er hat mich nicht gesehen, ja und wir haben die Brechstange nicht dabei, na toll, geh mal die Brechstange holen, oh, ich laufe halt mal gegen, so, Ausrüstung, Brechstange, ok, alles klar, alles von vorne, gut, dass wir früher angefangen haben, so, der ist am Rechten, also, ist nicht so schlimm, ok, dann gehen wir mal da rein. Ok, dann sind wir drin. Geben auch noch hier ein bisschen geduckt, äh, ähm, was denn, ähm, das steht hier, Ok, wir besuchen mal die Dinger da unten zu kriegen, haben wir hier, weiße Turnschuhe, aber, kochtopp. Wird das nicht ausmachen, schade. Ok, dann gucken wir uns unten mal um. Hier ist was. Nehmen wir direkt mit. Oh, das scheint hier zu sein. So, haben wir auch. Wir haben einen Kasettenrekorder auch mit. So. Wo soll das denn hier noch sein? Mhm. Und hier angezeigt, ne? Hier. Wie soll das denn sein? Hier. Ich hoffe, dass er jetzt nicht reinkommt. Ne, da kommt er nicht rein. Da, der wurde angezeigt. Äh. Und jetzt, da haben wir den schon mal. Nehmen wir hier noch. Nehmen wir mal mit. Dann gucken wir gleich, dass wir irgendwie rauskommen. Nehmen wir hier. Ach, scheißegal. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir jetzt die Taschen voll. Dann hauen wir ab. A puh. Haben wir hier noch. Küche. Haben wir hier irgendwas spezielles? Neh. Vielleicht. Nehm. Dann komme ich nicht raus. Den muss ich so tragen. so ja man glaube ich nix noch ein bisschen geld aber hier ja okay wir können abhauen dann gehen wir mal hoch dann werden wir mal abhauen oder hier reinkommen wo sind wir gekommen jetzt gucken ja von hier und dann werden wir mal abhauen lautet mal wieder gegen die schubkache so erstmal schnell weg hier so sehr schön so ausrüstungswechsel okay dann steigen wir mal aus und immer mal den fusel abgeben ja hast fußel so haben wir jetzt gerade nicht viel gekriegt klar gleich mal gucken wie ich den polygrafen dann noch finden kann so aber auch was für dich so einmal reparieren danke so ist klar so wenn wir den jetzt nicht haben was auch schon ja mal zwei uhr da müsste das ja eigentlich abgehakt sein naja stimmt uns abgehakt was haben wir denn hier da wollten wir einen da hängen gehen wir jetzt hier nochmal in dem haus lautsprecher das ist ein turnschuhr aber hier graues telefon kleiner fernseher ok alles klar dann sind die weg zwischen sieben und zehn sechs dann machen wir sieben uhr das geht gut das geht gut wo war das jetzt da ist ja kein parkplatz stellen wir uns damit noch den rasen so und nicht weg gut jetzt werden wir schlafen bis sieben uhr ne geht nicht geht nur mit dem parkplatz äh ob wir dann so reinkommen dahinter hinten kommen wir denn hier jetzt so rein ach der ist drinnen ja da ist einer drinnen hier ist direkt was da kommen wir nicht rein ne kommen wir denn von hier aus rein ähm wir haben eine rohrzange alles klar kannst du weggehen wir haben0000 den schon wir sind genau dass lie ist also da kommt der raus der chin gelegt sind wir mit und das record damit hier die recorder platten spieler mit so dann haben wir auch alles hier ein bisschen geld mit und tschüss Schnell weg hier. So, Ausrüstungswechsel. Dann können wir einmal aussteigen. So, jetzt ist die Frage, braucht das jetzt jemand? Nein, ich glaube nicht. Das sei jetzt aus dem Dings hochzukommen. How you doing? Ja, ja, ja. Okay. Ich brauche dir irgendwas Bestimmtes. Sag mal hier. Ein paar Informationen, haben wir keine. Ja, das ist klar. So. So. Hm. Videorekorder. Plattenspieler. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Auftrag gehört, ich weiß es nicht. So. So. Alles klar. Hast du was Schönes für mich hier? Was ist das Kaufen? Was haben wir denn hier? Hm. Brauchen wir eigentlich gar nichts. So. Dann gucken wir jetzt mal weiter. So. Das haben wir ja leergeräumt. Ja. Ausziehen. So, was haben wir denn hier? Ja. Ah, wir haben jetzt wieder zwei. Äh. Jetzt gemacht. Ich glaube schon. Dann machen wir den Rucksack hoch. Ja. So. Ich sag mal den Rucksack weiter oben. Kann man mehr einstecken. So. Und hier noch den Fotografen, ja. Das gibt mir keine große Art Schöne-Informationen, ne? Zehn Uhr irgendwo. Ich bin da mal sechs. Jetzt die Frage, kommt der zu Fuß? Warten mal. Und zehn Uhr. Sollen wir den verfolgen? Von der Tankstelle aus. Hm. Hallo Madame. Hast du was Schönes für mich? Hm. Nichts berauschendes. Das gibt mir Ausdauer. Ausdauer. Mal blicken. Alles klar. Okay. Da brauchen wir alles nicht. Hm. Wie sieht der Fotograf aus? Das ist ja so die Frage, ne? Sollen wir die Filmbräule mitnehmen? Gucken wir mal, was könnten wir in dem Zeitraum machen? Oh. Gar nicht. Äh. Da war... Da war... Ach, da waren wir noch keine Strände. Könnten wir Leichen gehen. Ähm. So. 703. So. Aber ich würde mich davor, glaube ich, umziehen. Äh. Ausrüstungswechsel. Danke. Ähm. Wo ist der jetzt? Das dürfte das hier sein, ne? Ja. Ja. Ähm. Ah so. Okay. Alles klar. Nee weg hier. Shit, 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 shit. Nee weg. So, das ist die Waage. 101. Kann man dann hier irgendwas? Da haben wir ausgeräumt. Das ist gut wie gar nicht weg. Okay. Ähm. Wir gucken mal jetzt hier oben. Weil er auch irgendwas steht. Ne. Ich bin schon weg. Das ist jetzt. Glücksspiel ist das. Nein. Das wollte ich jetzt nicht. Hallo. Abbrechen. So. Weil ich das hier drückt. Und wir können zurückfahren. Das ist gut. Wir sollten uns glaube ich vorher erstmal umgucken. Auf normalen Wege. So. Ausrüstungswechsel. So. Einmal aussteigen. Gucken wir mal. Da. Ja. Vielleicht auch so irgendwie reinkommen. Ist einer zuhause? Ey stopp nicht ne. Hier ist keiner. Okay. Dann können wir mal Ausrüstungswechsel machen. Hm. Ah. Nimm mal auf der scheiß Bar Seite. Alles klar. Ausrüstungswechsel. Danke. Danke. Äh. Jetzt frage. Wie kommen wir jetzt hier rein? Haben wir nix. Ähm. Komm mal hier rein. Das ist ein Hammer. Mhmm. Das ist ein Hammer. Ähm. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. werden ja wenn ich rum wir brauchen den hammer alles klar und sein dass es auch wieder da ist ich hoffe jetzt nicht woher mich nicht rein er wird mir schlafen bis sieben uhr daten 7 uhr also das dürfte eigentlich kann aber nicht zwei objekte drücken ja genau da dürfte ich jetzt auch hier reinkommen einmal aufmachen jetzt brauche ich hier natürlich brecheisen schloss knack brecheisen holen weg und tschüss und 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 Da verfolgt man sich aber gar nicht gut, ey. So, hab ihn erledigt und bin entkommen, sehr gut. Dann werden wir jetzt auf mir gehen gehen. Ein Auto steht da. Gut. Jetzt haben wir hier, ist nix, ne? Okay. Nur eine alte Zeitung, alles klar. So, wir brauchten das Brecheisen. Okay. Oh, ich seh gerade. Die Folge ist schon wieder vorbei. Okay. Sozusagen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.